So, hier sind wir im Möfenpick in einem Familienzimmer-Duplex. Hier oben ist Platz für zwei Personen zum Schlafen. Und hier unten ist dann auch noch mal Platz zum Schlafen da unten. Dann geht man hier eine Treppe runter. Dann ist hier noch mal eine kleine Sitzgelegenheit. Und wenn man hier dann rausgeht, hat man einen ganz, ganz tollen Ausdruck. Das ist jetzt ein normales Standardzimmer. Klassikzimmer. Klassikzimmer mit einem Bett. Dann mit einer Sitzregner. So, dann hat man hier den Blick direkt vom Bett hier raus auf die Rettung. Also wirklich traumhaft, traumhaft schön. Das Klassikzimmer im Möfenpick in Elguna. Hier sind wir jetzt in einem Innenhof im Möfenpick Elguna. Und hier ist ja wie so ein kleiner Bazar aufgebaut. Hier gibt es kleine Geschäfte. Hier gibt es verschiedene Spezialitäten-Restaurants. Hier kann man zu Abend essen. Das ist total schön. Das ist, ja, ich finde, das ist sehr mit dem italienischen Stil angelegt. Total wirklich einladend. Ganz, ganz toll. Und wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, einfach hier auf Gefällt mir drücken. Dann sehen wir mal hier die Videos von Laguna. Das ist total schön. Also hier sind alles einzelne kleine Lagunen, die angelegt sind. Super, super schön. Wirklich. Und dann sind hier auch kleine, kleine Inseln. Also es ist total schön. Es ist wirklich, ich finde, das ist mit einer der schönsten Orte hier in Ägypten, wo man Urlaub machen kann. Also sehr, sehr schön. Wirklich. So, hier fahren wir jetzt durch Elguna. Vom Mövenpick-Resort durch die künstlich angelegten Lagunen. Super, super schön. Schade, erstmal, oder? Nichts dabei. Mach einfach. Super, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Du kannst ja wieder das selbe machen, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020